Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Stream hier bei EHAIO. Die, die das letzte Mal im Stream dabei waren, am Dienstag oder am Mittwoch, die haben schon ein kurzes Sneak Preview bekommen, was wir machen werden. Und zwar will ich einmal in der Woche einen alten Hardware-Stream machen. Also, wir fangen jetzt mit dem ZX81 an. Ich kann ja schon mal jeder reinschreiben, wem ZX81 was sagt. Wer das schon mal gehört hat, wer schon mal ZX81 in der Hand gehabt hat. Wir fangen mit dem an. Das ist mein ZX81. Ich habe, wo ich Elektrotechnik studiert habe, mal irgendwann so einen Rappel bekommen und habe alle möglichen alten Geräte zusammengekauft, die bei Ebay so irgendwie verfügbar waren. Wir werden den jetzt heute mal auseinanschrauben, schauen, ob irgendwelche Kondensatoren zu tauschen sind, dass der auf jeden Fall wieder tippitoppi läuft. Und dann nehmen wir mal den Betrieb und dann programmieren wir mal was. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie das Zeug da reinprogrammiert kriegen mit der Tastatur, ob die noch geht. Und dann reverse-engineeren wir. Ich will eigentlich, die komplette Platine gibt es tausend Projekte, aber ich will es einfach auch mal selber machen. Impulsonix, so dass wir einfach mal wieder ein cooles Reverse-Engineering-Projekt haben, weil das einfach mega cool ist. ZX81, ich habe hier schon mal was vorbereitet und zwar eine PC-Seite und zwar eine Wikipedia-Seite. Dass wir ungefähr einfach mal uns anschauen, worauf wir uns da einlassen. Dass wir grob wissen, was ist das überhaupt, wo kommt es her, was erwarten wir da drin und was haben wir für unendlich krasse Möglichkeiten mit diesem High-Performance-Megakrassen-Hyperrechner, den wir da haben. Wir haben einen ZX81. Das ist im Prinzip ein Heimcomputer, so nennt sich das Ganze, von der Firma Sinclair. Das Ganze ist ein Einplatina-Computer auf einem Z80-Mikrocontroller basierend. Der Z-Log Z80 war ein ganz klassischer 8-Bit-Mikrocontroller, 1976 hat es den gegeben und der war sogar tatsächlich bis Juni 2024 lieferbar. Und nur, dass wir mal so eine Größenordnung kriegen, der hat nicht viel drin gehabt. Das Ganze ist Herbst 1981 für 400 Mark in Deutschland auf den Markt gekommen. Ich weiß jetzt nicht, hier steht außen dran kein Datum. Vielleicht findet man auf der Platine dann ein Datum, wann eigentlich der gebaut worden wäre. Es war entweder ein Z-Log Z80 drin oder ein Nachbau-ähnlicher, also Z80-kompatibler Prozessor von NEC. Ich weiß auch nicht mehr, was in meinem drin ist, wir werden uns dann auch anschauen. Unglaublich ist das Ding mit 3,25 MHz. Arbeitsspeicher ab Werk, wir haben 1 KB RAM. Mehr haben wir nicht. So sieht die Platine aus. Wir haben hier auf der Seite, man kann da drüber fahren, habe ich heute vorher gemerkt, den Arbeitsspeicher mit 1 KB RAM. Wenn 1 KB nicht gereicht hat, weil man irgendein Programm hatte, das mehr Arbeitsspeicher als 1 KB benötigt hat, gab es da oben einen Erweiterungsslot. Das war der hier. Und da hinten konnte man dann eine RAM-Erweiterung anstecken, die dann bis zu 16 KB RAM ermöglicht hat. Das wäre mein Gedankengang, wenn wir ein Reverse-Engineern, vielleicht bauen wir einfach eine Platine, die ab Werk schon 16 KB RAM drauf hat. Hier den Prozessor, in dem Fall ist ein NEC mit drauf. Da unten haben wir das Betriebssystem und Basic, 8 KB ROM. Denn das Besondere an diesem Computer war, dass es im Prinzip ein komplettes Betriebssystem drauf hat. Wir reden von 1981. Das heißt, ein Betriebssystem sieht so aus, wie damals zum Beispiel ein DOS ausgeschaut hat. Das heißt, man startet das Ding und hat einen blinkenden Cursor. Also das ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein Windows hochfährt und man da grafisch irgendwas klicken kann mit einer Maus, weil wir haben hier keine Maus. Also das war, da reden wir schon von einer Textkonsole, war das Betriebssystem. Basic Interpreter hier drauf. Und da oben hat man noch einen Sinclair Logic Chip ULA. Und das ganze Teil wäre im Prinzip eine wichtige Thematik. Der hat nämlich die Bildschirmansteuerung gemacht, der Chip. Weil wir haben hier hinten einen TV-Ausgang. Und einen TV-Ausgang kriegt man mit einem 3,25 MHz Prozessor nicht so direkt hin. Das heißt, man hatte da quasi, ja, ein CPLD. Also quasi so eine abgespeckte Vorgängerversion von der Vorgängerversion eines FPGAs. Auf ULA-Technologie und der hat im Prinzip den Großteil der Bildschirmansteuerung übernehmen, übernommen, Systemtaktik macht und so weiter. Die Grafik. Wir hatten einen Zeichensatz auf dem ZX81. Und dieser Zeichensatz mit Zeichen in 32 mal 24 hatte quasi nicht viele Möglichkeiten. Also da war nicht viel rum. Also 8 mal 8, 4 mal 4. Man konnte auch nicht wirklich einfach, da hat man dann irgendwann schon so Tricks gekonnt, wie man den Zeichensatz bearbeiten konnte und so was. Aber an sich war das der Standardzeichensatz. Damit musste man auskommen. Das heißt, wenn man da Spiele programmieren wollte oder so was, musste man mit dem Zeichen hier sich irgendwas überlegen. Also ich meine, mit den ganzen Rahmensymbolen hier konnte man vermutlich schon irgendwie mal zumindest ein Viereck zeichnen und so. Aber mehr war da dann auch nicht. Also das war rudimentärst der Zeichensatz. Wenn wir Software machen werden für das Teil und an die aufgepasst, wir werden Software machen für das Teil, werden wir da eine Besonderheit vornehmen. Und zwar bin ich, ich schaue gerade perfekt drüber gehalten, bin ja kein Nerd, was sowas anbelangt. Und wir haben ja heutzutage Hilfen, die uns irrsinnig gut helfen können, Software zu programmieren. Und zwar werden wir dafür dann was programmieren werden. Und ich will irgendeinen Snake oder sowas mit euch programmieren. Wenn wir das machen werden, nutzen wir eine Möglichkeit, die es mittlerweile gibt, die man nehmen kann, um Software programmieren zu lassen. Und zwar werden wir einfach ChatGPD fragen. Da tun wir nicht lang rum. Ich tue mich nicht mit Basic-Abi. Das ist bei mir jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre her, dass ich Basic programmiert habe. Von dem her, nee, nee. Über 25 Jahre. Aber ich lasse das einfach den ChatGPD dann programmieren. Wir haben hier im Prinzip unsere komplette Tastatur. Wir sehen auch hier, dass wir so ein bisschen den Zeichensatz auch drauf haben. Diese Sonderzeichen, die wir da vorher gerade gesehen haben, gerade diese Rahmenzeichen und so, die haben wir hier auch mit drauf. Und was man da jetzt auch nochmal sehen kann, ist, wir haben hier oben die Basic-Befehle. Return, if, dim, rem, for, goto. Also wir reden ja von Basic. Das besteht ja nur aus goto. Wenn man richtig guter Programmierer ist, macht man ja nur alles mit goto. Dann haben wir alles lang gelassen. Load, um ein Programm zu laden. Poke, Input, Print, um was darzustellen. Und so weiter. Dann haben wir quasi die ganzen Basic-Befehle hier oben angegeben. Und können dann quasi da direkt reinklopfen. Schauen wir dann, wie das funktioniert. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. New Line haben wir da drüben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das funktioniert hat. Unten haben wir eine Shift-Taste. Mit der kommen wir dann auf die roten Symbole. Wie zum Beispiel, ganz wichtig, hier oben die Pfeiltasten. Dass wir quasi durch den Quellcode dann durchgehen können. Go to hell, genau. Go to, das war immer der Tod von allem. Also wer go to verwendet, hat der... Ja eben, go to hell. Wie du sagst. Also das war definitiv Todesstoß. Aber wir werden es trotzdem nehmen. Einfach, weil es cool ist. Wir haben einmal den Fernseher an. Schluss, ich habe hier meinen RF2-HDMI-Adapter. Wo wir dann da vorne reingehen können bei der Antenne. Ich hoffe, wir kriegen es mit dem dargestellt. Also da haben wir unseren Fernsehausgang. NTSC und PAL. HDMI 1.0, genau. Da haben wir 9 Volt. Und jetzt kommt das genialste an dem ZX81. Wir haben hier einen Kopfhörer. Ausgang. Und hier ein Mikrofon. Eingang. Denn man konnte natürlich da ein Programm schreiben auf dem Teil. Hier Programm reinklopfen. Und jetzt ist natürlich das Problem, was ihr hier auch seht. Man hat hier nicht irgendwo einen USB-Anschluss, wo man einen USB-Stick anstecken kann. Und man hat hier auch nicht irgendwo eine Diskette reinschieben können, weil wir waren 1981 unterwegs. Da war das noch nicht so verbreitet. Das heißt, man musste aber trotzdem irgendwie schaffen, das Programm zu speichern. Und das Programm... Ja, kein USB, kein gar nichts. Echt richtig Lämm. Und das Programm Speichern hat damals so ausgeschaut, dass man hier auf Save gedrückt hat. Und dann hat er am Kopfhörerausgang das Signal rausgegeben. Das Programm rausgespielt in... ...Geräuschen. Da gab es von Sinclair einen Kassettenrekorder dazu, wo man Musikkassetten eingelegt hat. Und dann im Prinzip mit Mikrofon draufgerät hat, jetzt kommt mein Programm zwei Zahlen addieren. Dann hat man auf Stopp gedrückt. Dann hat man wieder auf Record gedrückt. Und hat hier drinnen auf Save gedrückt. Und dann hat der uns das Programm auf die Kassette rausgespielt. Kassette. Musikkassette. Entsprechende Qualität. Wenn man jetzt zum Beispiel das Programm zwei Zahlen addieren wieder gebraucht hat, wie der Helme wollte, hat man quasi an der Kassette wieder hingespult an die Stelle, wo man dann gesagt hat, jetzt kommt das Programm zwei Zahlen addieren. Dann hat man auf Pause gedrückt. Und hat hier einen Mikrofoneingang. Man hat dann hier auf Load gedrückt. Irgendwo gab es eine Load-Taste hier. Hat dann am Mikrofoneingang dieses... ...Wieder reingespielt. Und dann war, wenn man Glück hatte, das Programm wieder am Bildschirm drin. So, dann schauen wir mal rein. Also, das sind verschiedene Schrauben da drin. Hätte man jetzt merken sollen, wo... Egal. Thetix 81 von der Rückseite. Jetzt schauen wir mal, was wir da oben stehen haben. Da steht jetzt interessanterweise 1980 drauf. 1981 kam er auf den Markt. Das Platinedesign wurde aber scheinbar 1980 gemacht. Und da müssen wir mal vorsichtig irgendwo in irgendeiner Richtung drehen und schauen, wo denn... Ah ja, hier. Hier ist nämlich die Folientastatur angeschlossen. Die versuchen wir jetzt mal hier vorsichtig rauszuziehen. Zack. Die sind nämlich immer ultimativ kritisch, diese Flachbandkabel. Die Kontakte halt von diesen Folien halt einfach irgendwann... Man sieht das eh schon, die schauen nicht mehr ganz so gut aus. Irgendwann sind die Kontakte da halt einfach abgerieben. Deswegen, da muss man immer enorm aufpassen mit diesen Tastaturen. Wir haben Bestückdruck drauf. Damals schon. Was man wundervoll erkennen kann, wir haben hier total schöne handgezeichnete Leiterbahnen. Also alles handgezeichnet. Total wunderschön handgezeichnete Leiterbahnen. Wir fangen hier oben an. Wir haben gesagt, wir haben einen ULA-Chip drin, der für uns das Timing und alles macht. Der hat für uns Timing und so weiter übernommen und hat hier die Daten angeliefert für das Fernsehsignal. Dann schauen wir mal da drunter rein. Da wird jetzt kein, wie in der heutigen Zeit weiß Gott, was für Mikrocontrollerzeug auf uns lauern. Da werden vermutlich eher Spulen und angepasste irgendwas drunter warten. Genau. Anpassbare Spule mit einem Ferritring, den man eindrehen kann. Ein paar Transistoren zur Verstärkung und eine Handvoll Spulen, die quasi hier unseren HF-Teil vorne weg machen. Ein paar Kondensatoren. Da haben wir zum Glück alles durch die Bank Keramik drin. Also da müssen wir schon mal nichts tauschen. Das sollte, so wie es ist, ich habe ja noch nie gedreht, so wie es ist, einfach funktionieren. Hier haben wir ein großes Kühlblech mit einer 4 drauf. Und was erwartet uns hinter dem Kühlblech? Klarerweise, brauchen wir auch nicht lange überlegen, ein 7805. Und wir kommen hier mit 9 Volt rein. Hier mit 9 Volt rein. Und der 7805 macht dann da erstmal 5 Volt draus. Dann hat man gesagt, hier haben wir so ein Betriebssystem drauf. Da haben wir jetzt was total Interessantes. ZX81, 64K Japan. Was war da drauf? Wer erinnert sich? Da drauf ist unser Betriebssystem und unser Basic-Interpreter und sowas. Und wie man da ganz toll dran erkennen kann, naja, auch die hatten damals nicht auf Anhieb perfekt funktionierende Hardware, so wie es ausschaut. Es gab auch damals schon Probleme mit diversen Hardware-Entwicklern, also wenn eine Platine auf dem ersten Wurf funktioniert, dann weiß man, da hat man eh irgendwie einen groben Fehler, den man nicht entdeckt, weil, ja, die haben das halt in der Serie. Ich meine, das ist ja ein Seriencomputer, den ich da habe. Die haben da direkt in der Serie drin bis zu Dritte dran gelötet. Dann haben wir unseren Prozessor, um den geht es. In unserem Fall tatsächlich einen Original-Siloc Z80A und wir haben gesagt 3,25 MHz. Wo kommen jetzt die 3,25 MHz her? Wir sehen ja hier weit und breit keinen Quarz, also hier einen Kondensator, aber wir haben weit und breit nirgends einen Quarz verbaut. Wir haben hier vermutlich irgendwo einen Schwingkreis oder beziehungsweise hier sogar einen Quarz mit drin. Und zwar haben wir ja gesagt, vorher gerade 6,5 MHz. Und zwar haben wir vorhin ja gesagt, 6,5. Er läuft mit einem Takt von, wer weiß es noch, schreibt es rein. Jetzt bin ich mal neugierig. Wer hat aufgepasst, wie viel Takt läuft das Ganze? 3,25 MHz. Und wer erzeugt den Takt, war die zweite Frage. Wer hat den Takt hier von diesen ganzen Chips, wer macht es? Haben wir auch gesagt. Wer ist für den Takt zuständig? Der Taktgeber. Genau. Und zwar ist das in unserem Fall der ULA. Also der Vorgänger vom Vorgänger vom FPGA. Da stand dabei, der macht Fernsehsignal. Hier. Und macht ein bisschen drumherum. Unter anderem Takt stand dabei, macht er. Das heißt, der taktet mit 6,5 MHz, halbiert den Takt und gibt ihn mit 3,25 MHz, 6,5 MHz, an den Z80 weiter. Also nicht so, wie man es heute macht, dass man einen 4 MHz mit einer PLL lockt und daraus dann 8,40 MHz oder so macht. Sondern andersrum. Man hat einen hohen Takt und um die Genauigkeit hinzukriegen, hat man halbiert. Und wir haben unseren Z80 drin. Also wirklich ein Original Z80 A Prozessor. Und wir haben jetzt in unserem Fall, in dem Bild auf Wikipedia war quasi hier, ein großer RAM drauf. Wir haben jetzt in unserem Fall zwei RAM Bausteine drauf. MCM 21 L14 P30. Da steht auch ein, ah steht da auch drauf. Okay, dass wir, weil wir haben ja vorher gerade, dass wir da auch nochmal drüber geredet haben, die Platine wurde 1980 designt. Und ich habe ja gesagt, wir haben hier kein Datum drauf, wann das ganze Ding gebaut wurde. Haben wir zum Glück schon. Und zwar, der Prozessor stammt aus dem Jahr 82, Kalenderwoche 38. Die RAMs stammen aus, ja, 82 KW 50. Die sind noch älter. Und der da unten ist 82 KW 46. Der da ist 82 KW 48. Das heißt, die RAMs da oben mit KW 50 sind die ältesten. Bedeutet, der ist mindestens, also frühestens KW 50 82 ist der zusammengestellt worden. Wir haben hier unsere Tastaturschnittstelle, die gerade ein bisschen verbogen ist. Also die ist so weich. Eine ganze Horde Dioden. Um das Ganze irgendwie mit Logik darzustellen. Da vermutlich irgendwelche Pull-Ups oder sowas. Oder, was steht da drauf? 10, 3, genau, 10, 3J. Also da haben wir 10K Pull-Ups fünfmal. Für hier 1, 2, 3, 4, 5 Signale. Perfekt passend. Also genauso, wie man es erwarten würde. Das vermutlich irgendwie gemultiplext und da Spaltenzeilen oder sowas. Und was wir hier drauf haben, sind zwei Elektrolyt-Kondensatoren. Und die Dinger, die wir auf jeden Fall tauschen, weil wer weiß, wie alt die sind. 0,5K pro Chip. Vielen, vielen Dank, Andi, fürs Nachschauen. Also wir haben 0,5K pro Chip. Also mit beiden zusammen sozusagen das 1K RAM, das wir zur Verfügung haben. So, dann löten wir mal den da aus. Da haben wir ein Plus drauf. Hier. Auf der rechten Seite Minus zieht den kürzeren, also das hier rein. Wir wollen ja keine bösen Legierungen hinkriegen hier mit verschiedenen Lötzinnen. Also einmal verbleit gelötet gerade. Da müssen wir drauf aufpassen. Zack. Somit haben wir eigentlich die Teile, die kritisch waren, meiner Meinung nach, getauscht. Mehr ist nicht drin, was wir tauschen müssen. Bedeutet, wir könnten rein hypothetisch jetzt dem Ding Strom geben und schauen, ob da hinten was rauskommt. So, jetzt hoffen wir, dass da nichts kurz geschlossen wird. Dann wird es jetzt spannend, weil... Ich habe hier diesen Adapter vom Nintendo. Den habe ich damals für den Atari schon genommen. Den können wir hier anschließen. Und dann haben wir hier einen Stromkabelhaini für den da. Wir haben jetzt hier irgendwas. Ich starte jetzt mal die 5 Volt. Sieht man dann auch gleich da oben, da, dass 5 Volt rausgehen sollten. Menü, Autoscan. 91,25 war glaube ich schon rum dann, oder? Ne, das geht sie nur aus. Perfekt. Dann bleiben wir mal in dem Bereich. Aha. 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 Aber wir sind daheim. Seht ihr es? Da passiert was. Da haben wir jetzt nämlich unser K. Da sind wir jetzt noch verstimmt. Da passt das nicht. Und sobald ich jetzt hier in die Richtung gedreht habe... Ich muss immer wieder... Ich muss leider immer wieder rausnehmen. Ich habe leider keinen... Da sieht man es jetzt kurz. Wir sind... Wir müssen hier oben was anpassen. Also am meisten ärgert es mich echt, dass wir da ab und zu kurzzeitig... Die Zahlen sehen kann jetzt eh nicht mehr. Na, aber dann tun wir da beim nächsten Stream auf jeden Fall, hätte ich gesagt, mal das Ganze durchschauen. Das heißt, das nächste Mal können wir uns da mit dem Ostsee anständig beschäftigen. Ich lasse den Tab auf jeden Fall mal auf. Dann haben wir da schon mal was. Vielen Dank allen miteinander. Euch einen wunderschönen Abend. Ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Macht es gut. Danke. Ciao. Ciao.